Herzlich willkommen, liebe Investoren, Spekulanten und Trader. Heute haben Markus und ich entschlossen, mal wieder Shooting the Breeze an den Start zu bringen. Das letzte Mal haben wir uns Ende August unterhalten. Markus hat dann ja auch sein eigenes Investmentportfolio im Nachhinein gezeigt. Und wir dachten, wir gehen jetzt einfach mal wieder durch die Märkte durch. Hallo Markus, vielen Dank für deine Zeit. Hi Thorsten, hallo zusammen, grüße euch. Ja, ich freue mich auf die Runde. Haben ein paar Makrodaten und wichtige Wirtschaftspunkte für euch vorbereitet. Und ihr kriegt dann meine Meinung dazu zu hören und dann die eines echten Profis, der mich dann toasten darf. Nein, Spaß beiseite. Hast du da irgendjemanden eingeladen? Ja, guck mal da hinten. Da hinten, die Lara, die ist schon ganz erpicht da drauf, auch ein paar Sätze zu den Märkten zu verlieren. Nein, Spaß beiseite. Wir gehen mal die wichtigsten Wirtschaftspunkte durch. Ich gebe euch mit, was das für mich persönlich und mein Portfolio bedeutet. Und da sind die Insights von Thorsten wie immer wertvoll. Von daher hoffen wir, dass ihr euch da ein bisschen was rausziehen könnt heute. Aber da es um die Märkte geht, Thorsten kann es kaum erwarten, werden wir euch erstmal mit dem wunderbaren Risikohinweis beglücken. So, also alles, was wir euch heute zeigen, dient ausschließlich zu Entertainment und ich möchte sagen Weiterbildungszwecken. Das ist in keiner Weise eine Handlungsempfehlung. Auch wenn wir uns natürlich über Tretideen die ganze Zeit unterhalten. Das ist die Natur der Sache, die wir hier machen. Ihr solltet es aber nicht als Anlageempfehlung verstehen. Wir geben keine Anlageempfehlung. Wir sind keine Finanzberater. Wenn ihr das wünscht, setzt euch mit einem qualifizierten und vor allem zertifizierten Finanzberater auseinander. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann freuen wir uns, wenn ihr heute bei uns bleibt. Ansonsten, wenn ihr denkt, dass seine Anlageberatung oder Copy Trading schaltet jetzt ab, das ist es nämlich nicht. Alles, was wir machen, machen wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Fehler können sich immer einschleichen. Deswegen, wenn ihr so wie ich unter OECD leitet, Obsessive Compulsive Disorder, ich muss immer alles nachrechnen, ob ich das auch kann. Macht das auch. Ihr lernt viel dabei und es macht außerdem noch Spaß, wenn ihr ein bisschen geek seid. So, wie wir das alles sind. Danke, Markus. Ich glaube, das war es. Ja, wunderbar. Ach, übrigens, wir machen das jetzt das zweite Mal in 24 Stunden. Gestern hatten wir einen tollen Talk, den ihr heute seht. Und nach über 50 Videos innerhalb der letzten paar Monate habe ich doch endlich mal vergessen, den Rekordknopf zu drücken, was uns dann erst einfiel. Einfiel, als ich auf Stop Recording drückte und es sagte, Recording started. Oh mein Gott. Also, ihr kommt in den Genuss einer Rehearsen-Show heute. Ich hoffe, wir sind besser als gestern, Markus. Obwohl das schwer zu toppen war. Na, ich glaube, das werden wir trotz alledem hinkriegen. Es sollte interessant werden. Und ich würde sagen, vielleicht zum Intro. Jetzt, als ich euch mein Portfolio gezeigt hatte, habe ich ja auch gesagt, dass mein nächster Move ist, meine Aktienpositionen abzusichern, weil ich glaube, dass Stress in den Markt kommt. Und vor zwei Wochen habe ich die Hedges aufgelöst. Ich habe jetzt gestern gesagt, und ich möchte heute trotzdem noch mal die gleichen Worte nehmen, auch wenn Torsten jetzt sofort anfängt, mit mir zu schimpfen, ist, dass ich sage, so ein Market-Timing zu erwischen ist Glück. Das heißt, perfekt unten und perfekt oben treffen. Also, perfekt in Anführungszeichen. Ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Aber Torsten will jetzt gleich direkt sagen, Achtung. Ja, das habe ich gestern schon an den Kopf gebrochen. Es ist nicht Glück. Es hat mit Glück überhaupt nichts zu tun. Wenn unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Wohnzimmern, Büros oder Anlage-Offices sitzen und aufgrund der Datenlage, die du dann natürlich richtig analysieren musst, aber du weißt, wo du schaust und du weißt, welche Datenpunkte wichtig sind, zu den gleichen Ergebnissen kommen, hat das mit Glücks nichts mehr zu tun. Ja, klar, das Timing ist immer eine Sache. Hier ein bisschen, da ein bisschen, welche Instrumente benutzt du dafür. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck, warum wir hier YouTube-Lehrer sind, um zu sagen, prima, wir stellen euch das vor, wie wir das machen. Wir kommen aus unterschiedlichen Lebenslagen. Wir kommen aus unterschiedlichen beruflichen Ausbildungen. Aber offensichtlich scheint das ein großes Fest zu sein, auf dem wir uns treffen können. Und wenn wir die richtigen Schlüsse vernünftig ziehen, können wir diese Anlageentscheidungen auch so treffen. Also insofern, Kudos, Timing ist immer eine Sache. Du kriegst es nie perfekt hin. Will ich auch gar nicht sagen, dass das so geht. Aber wenn du die generelle Richtung hast und weißt, was sich da gerade am Markt zusammenbraut oder nicht, ist es kein Zufall mehr, wenn clevere Leute zu den gleichen Entschlüssen kommen. Ja, dem ist wohl tatsächlich so. Und von daher, was steht jetzt für mich bevor? Ich habe das angekündigt, dass ich zum Jahresende hin meine Aktienquote deutlich erhöhen möchte. Das heißt, ich möchte jetzt bis zum Jahresende meine Aktienquote im Portfolio auf 80 Prozent bringen. Wie ich da drauf komme und auf welche Datenpunkte ich dabei schaue, das ist jetzt das, was wir euch teilen. Und von daher würde ich auch sagen, springe ich mal in die Screenshots und du gibst ein Signal, wenn das Bild sichtbar ist. Ja, sichtbar, schön, groß, ausgezeichnet. So, wunderbar. Also, wenn wir uns jetzt erstmal Overall anschauen, klassisch Top-Down, wie sind denn die wichtigen Volkswirtschaften dieser Erde unterwegs? Da muss man erstmal sagen, die Datenlage an sich sieht nicht dramatisch aus. Wir gehen einfach mal Stück für Stück erstmal durch und schauen uns ans GDP Quarterly. Mit Ausnahme der Eurozone Deutschland und Russland sind wir da durchweg noch im positiven Wachstumssegment unterwegs. GDP jährlich, außer in Deutschland, ist das ebenfalls in allen Volkswirtschaften positiv. CPI, Year-on-Year, da muss man sagen, ja, ist runtergekommen im Vergleich zu den letzten Monaten. Aber wir sehen 3,7 Prozent US, 2,9 Prozent in der Eurozone, China deflationary, Japan 3 Prozent, Deutschland 3,8, UK 6,7, Kanada 3,8, Australien 5,4. Also man sieht, es ist immer noch ordentlich Dampf im Markt. Und speziell, wenn wir jetzt mal den Outlook nach vorne nehmen, jetzt könnte man sagen, GDP sieht gut aus, Inflation kommt runter, kommen jetzt zwei Werte, die zumindest bei mir immer die ersten ganz dicken Ausrufezeichen hinterlassen, weil ich sage, das ist kein guter Outlook. Und das sind Retail-Sales. Wir sehen Eurozone, minus 2,9, Deutschland ganz heftig, minus 4,3, UK minus 1, Frankreich minus 4,5, Schweiz ebenfalls im Minus, in einigen anderen Schwellenländern positiv und auch die Industrial Productions. United States, auch wenn es eher eine serviceorientierte Volkswirtschaft ist, sind wir auch kurz vor dem negativen Schwenk. Eurozone mit minus 5 Prozent, darf ich das Fakt nennen? Ich nenne es Fakt. Japan minus 4,6 Prozent, Italien minus 2 Prozent, also überall geht die Industrial Production entweder zurück oder sie ist schon negativ. Ja, und das overall, wenn wir uns jetzt mal mit dem vorderen Teil zusammenfassend beschäftigen, bevor wir dann auch noch über Schulden reden, würde ich sagen, sieht für mich zwar im Moment gesund aus, aber gerade mit einem Blick nach vorne die nächsten zwölf Monate mit einigen Fragezeichen versehen. Was löst das bei dir aus, wenn du auf die Daten schaust, Thorsten? Es ist die gleiche, ich benutze die Analogie ganz gerne, was ist das sauberste Hemd im Wäschekorb drin? Und wenn du die Daten so anguckst, ist die USA nach wie vor ganz vorne mit dabei. Guck dir alleine mal das GDP an, 4,9. Wenn das nicht um Inflation bereinigt wird, sind wir bei chinesischen Verhältnissen. 7 Prozent. Ist USA das neue China? Wenn ich mir die Zahlen angucke und die reine Datenlage sehe, ja natürlich, klar. Dann guck dir die Shitshow an, die Europa ist. Ich meine, sorry, da fällt dir überhaupt nichts mehr zu ein, was da gerade passiert. Wir kennen ja alle die wunderschönen Charts, wo immer schön in Grau die Rezessionen eingetragen sind. Du guckst dir mal so Deutschland an und siehst den DAX wunderbar, immer noch nach oben, ja, eine kleine Korrektur. Aber was auf den aktuellen Daten fehlt, ist natürlich die grau einstrafierten Rezessionsbalken drin. Und da hätten wir jetzt schon drei in Deutschland, wenn wir realistisch sind, ja. Deutschland immer noch die größte Volkswirtschaft in Europa und die Rezession, in der wir uns befinden, taucht noch nicht mal auf dem bloody Schirm mit auf. Ich sehe das für mich als eine Chance momentan zu sagen, wo möchte ich investiert sein, wenn ich Geld anlegen muss. Möchte ich das in Europa oder in Deutschland machen? No, no bloody way. It's not gonna happen. Ja, und du hast ja gerade die Retail-Sales reingeworfen. Sehen wir ja nächste Woche auch in den USA wieder. Den Deutschen geht das Geld aus, ja. Und vielleicht kommen wir daher noch mit dazu. Ich hatte vorhin, bin ich über einen schönen Chart gestolpert. Die haben, was die Retail-Sales angeht, wo wir auch in den USA jetzt drauf gucken, die Daten noch mal revidiert. Eigentlich war die Annahme, dass den Amis jetzt das Geld ausgeht. Das ist nicht der Fall. Die haben die Daten revidiert. Das heißt, die haben jetzt bis erstes Quartal der Retailer draußen noch mal 400 Milliarden nach der Revision der Daten, die sie in den Markt pumpen können, ja. Das heißt, die haben genug Geld für Weihnachten und die haben auch genug Geld fürs erste Quartal. Um weiter die Wirtschaft zu beleben. Und wenn wir nach meinem Quad, nicht nach meinem, wenn wir nach dem Quad-Modell vorgehen und uns die reine Datenlage angucken, wächst die Wirtschaft? Ja, wächst. Kommt die Inflation zurück? Ja, ist zurückgekommen. Prima. Wir sind im Reflation oder im Goldilocks-Szenario. Das heißt, von alledem, was wir hier zur Verfügung haben, von den OECD-entwickelten Staaten, ja, USA, nein, Europa, China, weiß ich nicht, Japan bin ich sowieso bullish drauf, United Kingdom, nicht wirklich. Ich kann die nicht, wenn ihr euch unseren Gray-Market-Talk vom Sonntag anguckt, da ziehen wir auch ein bisschen neben Deutschland natürlich auch über UK her. Warum das nicht am Markt ist, die Diskussion, die ich schon seit Längerem mit jedem führe, der es hören will oder nicht hören will, ist zu sagen, in welches Land gehen wir denn eigentlich rein. Und bei den Schwellenländern, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch mit dazu, habe ich auch ein paar Ideen, wie da die Vorgehensweise sein könnte. Ansonsten, ja, Asset Allocation, nach wie vor das Baby, mit dem ich spielen möchte, ist die Vereinigten Staaten, die wir drin haben. Europa würde ich nicht mit einer Kneifzange anpassen. Da ist jeder Rip, den wir im Markt sehen, vor allem in Deutschland, für mich eine Chance, oben nochmal was rauszulassen. Das höre ich persönlich persönlich natürlich gern. Herzlichen Dank dafür. Und wir hatten uns nicht abgesprochen, auch gestern nicht. Das ist, was ich eben meinte, wenn Leute, die den Markt analysieren anhand der Daten, die da sind, wir können natürlich alle falsch liegen, aber es ist doch nicht zufällig irgendwo, dass wir die Daten sehen, interpretieren und das in unsere Anlageentscheidung reinfließen lassen. Absolut. Dem ist tatsächlich so. Und wenn wir jetzt gerade mal den Blick nach vorne schauen, wenn ich mir jetzt anschaue, aktuelle Phase in meiner Analyse interessiert mich jetzt ja vor allem der Blick, was passiert in den nächsten sieben Wochen. Und wenn wir uns dann jetzt die rechte Seite anschauen und mal ein bisschen in Looking Forward gehen, sehen wir Policy Rates. Higher for longer ist das große Szenario. Alle Zentralbanken sind im Moment auf Hold, auch wenn der ein oder andere noch die Meinung ist, dass wir in den USA eventuell im Dezember nochmal einen Surprise-Hike sehen können. Scheint sich das Szenario higher for longer zu manifestieren, aber auch die Erhöhungszyklen vorbei zu sein. Die Ten-Year-Yields sind überall auf einem Niveau, wo man erstmal nüchtern betrachtet sagen müsste, eigentlich müsste der Aktienmarkt zum Erliegen kommen, aber sehen wir jetzt schon seit einigen Monaten, dass dem nicht so ist. Und dann haben wir hier die Government Debt-to-GDP-Ratio und die ist natürlich insane. 130 Prozent in den USA, Japan ohnehin in der eigenen Welt unterwegs mit 263 Prozent. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Volkswirtschaften inzwischen in Korridoren unterwegs, wo an der 100 geknabbert wird. Wenn du dir das Current Account-to-GDP-Ratio anschaust, sieht ebenfalls nicht gesund aus. Und gerade wenn wir jetzt von Wachstumsperspektiven sprechen, auch die Jobless-Rate ist eigentlich auf einem Niveau, wo man sagen muss, geht in die richtige Richtung. Und trotz alledem kriegen wir in Summe aber nicht den Output aus den Wirtschaftsdaten, den man aus diesen Zahlen erwarten sollte. Wie ist da deine Einschätzung zu? Speziell, wenn du dir das Thema Schulden anschaust und das mal in... Ich fange mal mit Japan an, weil das immer so als Spezialfall rausgegangen ist. Das sieht natürlich astronomisch aus, 260 Prozent. Jetzt ist in Japan natürlich der Sonderfall, das ist so, als ob du eine Hosentasche an hast. In der einen sind 10 Dollar drin oder 100 Yen. Und deine rechte Hosentasche leiht sich dir aus der linken Hosentasche. Bist du netto verschuldet, ja oder nein? Nein, in Japan gehören fast die ganzen Schulden der Bank of Japan, die drin ist. Sie könnten jetzt theoretisch auch hingehen, wenn sie ihren Yen ein bisschen gefährden wollten, aber könnten sagen, okay, scratch it, haben wir nicht mehr. Dann hast du die mentale Situation. In Japan würde sich lieber jemand entleiben, als seine Schulden nicht zurückzubezahlen. Das ist natürlich ein anderes Selbstverständnis, wie du mit dem Schuldendienst umgehst, als in anderen Ländern, die wir sehen. Ansonsten United States bin ich bei dir. Die laufen in die Gefahr rein. Das hatten wir auch in Gray Market Talk mit Nick analysiert, aufgrund der Rede, die Grundlach gehalten hat bei Grants Interest Rate Observers. Das Treasury wird Amerika in eine sogenannte Todesspirale reintreiben. Inflation geht nicht wirklich runter, obwohl ich da auch gleich noch was dazu sage. Inflation geht nicht wirklich runter. Das heißt, der Staat muss immer mehr dafür ausgeben, seine Schulden zu bezahlen. Wie kann der Staat das machen? Indem er mehr Schulden aufnimmt. Indem er mehr Schulden aufnimmt, wird mehr Geld gedruckt. Dieses gedruckte Geld sorgt dann dafür, dass die Inflation ansteigt und die Kosten für den Schuldendienst noch höher werden. Das heißt, die kommen in diese Spirale rein. Und da sind wir wirklich an der Ecke dran, wo du sagen kannst, da muss sich eventuell die Politik demnächst neue Lösungen einfallen lassen, weil das ist nicht mehr sustainable. Selbst bei 6% Inflation oder bei 6% Zinsen wird es eng, wenn das noch weiter höher steigen sollte. Das sind ja auch Zahlen, die nie jemand mehr im Gedächtnis hat. Auch ich gehöre noch zu den Youngsters. Als ich anfing zu arbeiten, gingen die Zinsen von links oben nach rechts unten. Der Zyklus war da. Hat sich säkulär jetzt in der Welt irgendwas geändert? Das heißt, higher for longer ist ein absoluter Killer. Und wir haben nächstes Jahr einen Wahlzyklus wieder in den USA. Wenn der es schafft, den Arbeitsmarkt kaputt zu machen dadurch, das wollen sie ja, auch wenn sie es nicht sagen, erreichen, obwohl das das andere Mandat der FED ist, was er hat. Sie sollen ja für einen stabilen Arbeitsmarkt sorgen. Und die ersten Zahlen zeigen schon an, dass es ein bisschen zitterig wird das Ganze. Dann kommt sowas rein, was Nick immer propagiert, wo er sagt, okay, was nicht passieren darf, wird auch nicht passieren. Das wird letztendlich dazu führen, dass Zentralbanken ihre Unabhängigkeit verlieren. Die Politik wird entscheiden, das ist halt nicht so. Und dann kommen wir in das Nachkriegsszenario nach 1945 rein, wo du eine Inflation hattest, aber die Zentralbanken in den USA einfach die Zinsen runtergenommen haben. Wer wurde gesclogt? Der kleine Mann auf der Straße. Das heißt, du hast plötzlich keine Zinsen mehr bekommen, weil die gesagt haben, okay, die sind halt bei zwei Prozent, mir egal, ob die Inflation bei sechs ist. Und dann hast du ein echtes Problem. Wie du damit umgehen sollst, das ist eine Frage, die die politische Seite klären muss. Und wenn du die Jungs richtig einschätzt, ob das in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich oder Amerika ist, die wollen weiterhin gewählt werden. Das heißt, diese Arbeitslosenzahl, die muss weiter tief drin bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wieder, wir gucken uns das ganze Instrumentarium an, was wir haben. 120 oder 129 Prozent in den USA ist jetzt noch kein Killer, aber kann sich zum Problem entwickeln. Was wird die Problemlösung sein? Zinsen werden künstlich runtergeschraubt. Japan steht besser da, weil die eben, die sind der Herrscher aller Laufzeiten. Die kontrollieren ihre Zinskurve. Da dürfte nicht so viel anbrennen. Das heißt auch wieder, Amerika wird mittelfristig bis langfristig da ein großes Problem kriegen, wenn die Zinsen nicht runterkommen. Das war der Punkt, den ich eben noch machen wollte. Higher for longer. Brought to you von den gleichen Typen, die gesagt haben noch vor gar nicht allzu langer Zeit, we don't even think about thinking about increasing interest rates. Wir denken nicht mal dran, drüber nachzudenken, ob wir die Zinsen hochnehmen. Dann kommen wir in den stärksten, brutalsten und schnellsten Zinssteigerungszyklus, den die USA je gesehen haben. Das sind die gleichen Typen, die dir jetzt erzählt, na, wir denken überhaupt nicht dran, Zinsen zu senken. Wart mal ab, was passiert. Wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht reinkommen und die Wirtschaft wirklich diesen Crack kriegt, von dem manche inklusive mir schon glauben, dass er absehbar ist, dann werden die die Zinsen runterpumpen. Und das werden sie am kurzen Ende machen und es wird dann schnell und brutal sein. Und dann möchte ich kurze Bondslong sein in den USA. Bis dann irgendwann das Blutbad kommt, wir müssen sich dann verschulden. Wir haben ja dann auch wieder das Szenario. Rezession, was machst du denn Rezession? Der Staat macht die Brieftasche auf und gibt den ganzen Leuten, die arbeitslos geworden sind, Geld jetzt zusätzlich. Vorher hätten wir die Inflation an, dann kommen wir in den zweiten Zyklus rein und dann können wir endgültig sagen, wir haben den säkulären Abwärtstrend verlassen und befinden uns jetzt im langfristigen Aufwärtstrend. Und dann sollten wir uns nochmal drüber unterhalten, was mit der Reservewährung US-Dollar wirklich passiert. Letztendlich ganz, ganz viel wertvolle Information jetzt auch drin gewesen. Und ich bin in einem Punkt absolut bei dir. Ich glaube, die Datenlage ist bei Weitem nicht so, dass wir den Aussagen der Zentralbanken blind Vertrauen schenken können. Nächste Woche wird ganz spannend. Wir haben CPI, Retail Sales und Producer Price Index. Fakt ist, ein sehr interessantes Szenario wird das sein, was Thorsten gerade beschrieben hat. Lasst mal die Arbeitsmarktdaten zweimal richtig schlecht reinkommen. Lasst eventuell an der einen oder anderen Stelle die Retail Sales einbrechen. Dann können die sich ganz schnell alle nicht mehr daran erinnern, was wir uns heute gesagt haben. Und dann wird es spannend in den Märkten. Das gibt ja dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Das ist, sagen wir mal, das PPI kommt jetzt besser rein als erwartet. Also nicht nach oben, sondern nach unten. Sowohl auch nach oben. Ich kann den Case für beides machen. Du hast in der Vergangenheit, das ist so eine Daumenregel einfach. Über neun Monate wird sich ein Drittel der Veränderung des PPIs ins CPI, in den Konsumerpreis, mit reinziehen. Deswegen gucken alle wie die Kaninchen auf die Zahlen, die jetzt nächste Woche rauskommen. Weil das ist wirklich die entscheidenden Faktoren. Das kommt nicht sofort. Der Markt versucht das natürlich zu handeln. Dann springen die Algos rauf und dann wird schnell mal rauf und runter gehandelt. Aber es setzt den langfristigen Trend fest. Und wenn wir nachher über Commodities reden, können wir da auch nochmal drüber eingehen. So, machen wir das. Ich würde auch sagen, wir springen jetzt einfach mal, nachdem wir gerade festgestellt haben, US ist die interessanteste Volkswirtschaft, springen wir einfach mal in die Indizes und in die Märkte. Und da spiegelt sich das dann auch nochmal wieder. Und zwar haben wir jetzt einfach mal einen Überblick der World Equity Indizes. Das heißt, was ihr hier jetzt seht, sind die jeweiligen Tickers aus den Vereinigten Staaten, Europa, Asien. Und wir sehen den One-Day-Change. Da brauchen wir jetzt nicht allzu viel Augenmerk drauflegen. Wir haben den Z-Score und wir haben die jährliche Veränderung. Z-Score selbst ist einfach nur die Abweichung zum Benchmark S&P 500 aus ihrem Mittelwert. Das heißt, ein Z-Score unter drei ist noch nicht signifikant. Aber über zwei ist er zumindest so, dass man sagt, Achtung, das läuft vielleicht besser, wie es denn eigentlich laufen sollte. Und wenn wir hier jetzt overall uns anschauen, wie sind die Märkte unterwegs, muss man ganz klar sagen, amerikanischer Aktienmarkt sieht gut aus. Der europäische sieht auf Jahressicht auch noch okay aus, geht aber konstant in eine Richtung, und zwar nach unten. Kurzfristig ganz, ganz negative Entwicklungen. Und ansonsten haben wir Long-Term vor allem eins, wir haben eine fantastische Entwicklung im Nikkei. Das hatten wir vor einigen Monaten in unserem Japan-Talk schon angekündigt. Dürfte circa vier, fünf Monate her sein, dass Japan interessant ist. Wenn man sich aber jetzt aktuell die Entwicklung anschaut, kann man zusammenfassen, wirklich spannend sind die Aktienmärkte vor allem in den USA. Und trotzdem sollte man hier eins auf dem Schirm haben. Wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung anschauen, Thorsten weist immer wieder hin auf die Magnificent Seven und wie die den Markt treiben. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Dow Jones auf Jahresbasis, 1,6% plus nur. Der S&P liegt bei 11,6%, der Nasdaq bei 24,16%. Also man sieht auch hier, die Magnificent Seven treiben den Markt, und wenn wir gleich auf die Sektoren kommen, wird das nochmal wesentlich deutlicher. Aber wenn du dir jetzt overall so die Entwicklung der Indices anschaust, wie bewertest du das, Thorsten? Du hast die Magie der Set-Scores gerade eben reingeworfen. Und ich lege da immer ganz besonderen Wert drauf, weil du kannst die in zwei Richtungen interpretieren. Genauso wie du das gerade gemacht hast. Ja, Standardabweichung. Wie weit sind wir drüber in dem, was normalerweise der Mittelwert wäre? Da, wo gerade ich als Optionshändler immer drauf gucke, ja, wenn wir irgendwo an drei Standardabweichungen ablaufen, ranlaufen, dann kommen wir in ein Feld rein, wo 99% aller Wahrscheinlichkeiten darin liegen und nur noch 1% Restwahrscheinlichkeit bleibt, dass wir drüber oder drunter gehen. Ein halbes Prozent nach oben, ein halbes Prozent nach unten. Das sind solche Punkte, wo du aufmerksam werden musst und sagen, okay, wenn ich mir jetzt den Gesamtindex, den Gesamtmarkt angucke, laufe ich jetzt in eine Position rein, wo eventuell ein Reversal kommen könnte. Die eine Interpretation. Die andere, die uns natürlich in die Region reingeführt hat, wenn ihr euch das Video zum Wirtschaftszyklus anschaut, da habe ich genau diese Z-Scores benutzt, um zu sagen, wie kann man denn historisch gucken, in welcher Marktphase laufen denn welche Sektoren ganz besonders gut? Dann nehmen wir jetzt die Z-Scoren als Kontraindikator oder als Punkt, wo ich sagen kann, oh, jetzt bin ich vorsichtig, wir sind schon zu gut gelaufen oder wir sind nach unten verprügelt worden, jetzt könnte mal wieder ein Reversal kommen. Sondern ich gehe rein und sage, okay, ich gucke mir die Statistik an und sage, in dieser Marktphase laufen diese Sektoren ganz besonders gut. Da schließe ich jetzt wieder der Kreis. Markus, in welchen Marktphasen waren wir drin? Goldilocks und Reflation-Szenario. Was läuft da ganz besonders gut? Die 7 von den 500, die wir gesehen haben, die haben die Party bestimmt und die haben Nasdaq auf 24% hochgepeitscht. Der Rest eher, okay. Vor allem im Zusammenhang, das Wirtschaftswachstum in den USA war offiziell erst was? 4,6, 4,8 bereinigt. Und ich nehme die Magnificent 7 raus. Sollte eigentlich ein bisschen besser sein, oder? So sollte es sein, ja. Ja. Die Realität sieht anders aus. Und ich glaube, das ist was, das wollen viele Leute nicht hören. Und deswegen ist es auch jetzt mal ganz angebracht, sich die Sektoren selber anzuschauen. Ja, und was sehen wir jetzt hier, wenn wir die Sektoren anschauen? Wenn wir uns die Jahresveränderung erst mal zur Grundlage nehmen. 15% plus in den Consumer Discretionaries. Consumer Staples, minus 3,8. Energy, minus 4,4. Financials, minus 2,8. Healthcare, minus 4,8. Industrials, plus 4,8. Materials, minus 1,6. Real Estate, minus 8. Technology, plus 38. Communications, plus 42. Utilities, minus 9,5%. Set-Scores, seht ihr hier. Kein Set-Score über 2 außer Tag. Was siehst du, wenn du das anschaust? Und wie passt das für dich ins Playbook? Ich glaube, das ist sogar ein ganz toller Lerneffekt. Jeder, der sich damit noch nicht so auskennt, klickt euch das einfach mal auf den Schirm hoch, guckt euch die Einjahres-Performance an, wie Markus es jetzt gerade gemacht hat. Und in dem Playbook hatte ich ja die verschiedenen Sektoren reingegeben, die besonders gut laufen, wenn wir uns in so einer Phase befinden. Wir haben gesagt, wir sind im Reflation oder im Goldilocks-Szenario. Tickeln so ein bisschen hin und her dazwischen. Was geht man in solchen Zeiten long? Und die ersten Indikationen dafür, dass wir uns in diesem Sektor befinden, war im Herbst letzten Jahres, als der Markt wirklich schönen Tief erreicht hat, konntest du, wenn du nach dem Spielbuch gehandelt hättest, und natürlich schreit jeder dann, oh, die Welt geht unter, wenn ich eine reine Datenlage gewichtet hätte, was hättest du investiert? Du hättest in Consumer Discretionary gegangen, Check, Geld verdient. Consumer Staples, wärst du nicht reingegangen. Warum? Ist in Schutz gegen eine Wirtschaft, die zusammenbricht. Energy müsste eigentlich besser stehen. Einer der Warnpunkte, wo ich sagen muss momentan, wenn wir wirklich so ein gutes Szenario hatten, müsste mehr Energieprodukte am Markt gekauft werden. Es müssten größere Nachfrage danach da sein. Jetzt könnte ich natürlich wie ein Grüner argumentieren und sagen, no, die Energiewende hat so gut funktioniert. Fossile Brennstoffe werden nicht mehr nachgefragt. Natürlich völliger Bullshit. Hat nicht funktioniert. Die Preise sind die höchsten auf der Welt, die wir haben. Wenn irgendjemand die Möglichkeit hätte, günstige Produkte, wo hat Öl jetzt gehandelt? Bei 77 Dollar oder irgendwas. Ein echter Schnapp. Angeblich sollte Öl doch bei 120, 130 sein, wenn wir die Marktphase sehen. Also Warnsignale. Financials sollten eigentlich auch besser laufen in so einer Phase, wo du sagst, die Wirtschaft ist okay. Jetzt hatten wir eine Sondersituation, die Zinskurve war invers. Wie verdienen Banken Geld? Banken verdienen Geld, indem sie Geld ausleihen für teures Geld und sich dann kurzfristiger mit billigerem Geld finanzieren. Das heißt, die haben ein Zinsbrett. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Am kurzen Ende war das Geld teurer als am langen Ende. Okay, können wir entschuldigen jetzt erstmal. Healthcare, auch ein defensiver Sektor. Leute müssen immer ihre Medikamente kaufen. Egal, wie die Wirtschaftslage ist. Industrials, okay, in line mit dem, was wir sehen. Materials füttert in die Industrials mit rein. Sollte eigentlich auch ein bisschen besser sein. Real Estate, wir haben den Zinsanhebungszyklus gesehen. Natürlich sind die gerade geschlachtet worden. Erst hatten wir Corona. Ja, plötzlich die ganzen Office-Buildings haben keine große Nachfrage mehr gehabt. Und die Refinanzierung, die im Real Estate, im Industriesektor ist, ist üblicherweise kurzfristig. Es geht keiner hin und baut ein Hochhaus in New York und finanziert das für 30 Jahre. Dann wird kurzfristiger finanziert und die laufen jetzt genau in diese Mauer rein. bei 6-7 Prozent, die so hochkotzen müssen. Sogar für selbst erstklassige Waren. Dann Technologie, passt wieder genau in den Sektor rein. Communications, passt genau in den Sektor rein. Utilities, defensiver Sektor, sehr stark verdroschen worden. Warum? Utilities machen keinen Sinn. Wenn du am Treasury-Markt 5 Prozent kriegen kannst, warum solltest du irgendeine Aktie kaufen, die dir 3,5 Prozent Dividendenrendite gibt und ansonsten keine große Performance zeigt. Im Großen und Ganzen spiegelt das Bild wieder, was wir auf der Klantkarte gesehen haben. Wenn du ein gut diversifiziertes Portfolio gehabt hättest, wärst du allein aufgrund deiner Investments in Technologie, Kommunikationsbereichen, Consumer Discretionary fantastisch gefahren. Und die anderen, die Sondersituationen, die ich angesprochen hatte, du hättest natürlich nicht Real Estate angepackt. Das hat einfach keinen Sinn gemacht, vor allem nach der Corona-Geschichte plus den hohen Zinsen. Das heißt, da wärst du wahrscheinlich nicht erwischt worden und du wärst sowieso in den underperformenden, negativen Sektoren noch nicht investiert. Das wird jetzt in der Zukunft interessant, wobei ich, solange hohe Zinsen da sind, nicht unbedingt in Utility setzen würde. Da kaufe ich mir lieber Bonds dafür. Frage beantwortet? Absolut. Absolut. Und was ich da auf jeden Fall noch beifügen möchte, ist gerade wenn man sich jetzt die langfristige Performance anschaut, man sollte gerade Energy, habe ich jetzt mehrfach gehört, ja, Stress in Energy ist ja jetzt erst seit einigen Wochen da und das wäre die Situation im Nahen Osten und Israel und Russland. Und Energy, du musst dir immer den Gesamtschart anschauen, läuft schon das ganze Jahr nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, wir haben deutlich mehr Monate mit einer negativen Entwicklung im Energy-Sektor, wie wir denn Monate hatten mit einer positiven Entwicklung. Und wenn es um Portfolios und Co. geht, kann ich immer nur den Ratschlag mitgeben, geh nicht zu tief rein in die Analyse und versuch die Daten auch nicht so massiv zu überinterpretieren. Natürlich hat alles, was geopolitisch passiert, auch Auswirkungen auf die einzelnen Sektoren. Das sollte dich allerdings in Portfolioentscheidungen nicht so signifikant berühren, dass du da aufgrund einzelner Nachrichtenereignisse und vielleicht mal zehn Tagen nicht so positiven Wirtschaftsnachrichten da irgendwelche Investmententscheidungen drauf ablässt. Was mich jetzt trotzdem interessieren würde, lieber Thorsten, ist, jetzt zwinge ich den Investor, Thorsten Wegener, eine Entscheidung zu treffen. Du musst vier Sektoren kaufen bis Jahresende. Welche vier Sektoren sind das? Gut, also ich möchte erst mal für die Allgemeinheit feststellen, ich gerade unter Zwang, unter Druck gesetzt wurde von dem Bulli gegenüber auf dem Schirm. Weil, wenn ihr dem Kanal folgt, kennt ihr meine Position. Ich bin momentan in Kurs und Treasuries drin, ja, Geldmarkt. Ich habe Volatility long und sitze eigentlich auf der Seitenlinie und hoffe, dass ich Aktien, die ich gerne haben würde, noch mal billig einkaufen würde. Anyway, du hast mich jetzt auf den Spot gesetzt, wo würde ich reingehen? Reine Datenlage, wie wir sie gerade besprochen haben. Set Scores und das, was mir die Daten momentan so wie sie sind, hinlegen, musst du eigentlich oder müsste ich, wenn du, machen wir es so, du gibst mir 100% und sagst, wenn du da nicht investierst, Wegener, dann nehme ich es dir weg. Dann werde ich gezwungen zu investieren. Also, unter der Annahme, Consumer Discretionary, war eine kleine Korrektur, würde ich reingehen, auf alle Fälle. Technologie würde ich reingehen, auf alle Fälle, auch wenn ich Nvidia ridiculously überbewertet finde, aber hey, vielleicht verstecken sich die Leute ja auch mittlerweile in diesen großen Mega-Caps, weil kann nicht viel passieren. Gehen sie zumindest davon aus. Communication Sektor würde ich auch reingehen und als diversifizierenden Faktor wäre bei mir schon der erste Einkauf im Healthcare-Sektor mit dabei zu sagen, alles klar, das ist jetzt nicht dividendenabhängig, aber da ist auch noch viel Fantasie drin. Gerade im Bereich Gesundheitstechnologie, ich bin Diabetiker, ich habe plötzlich so einen Knopf im Arm, der sagt mir, wie mein Insulinspiegel ist, ohne großes Gezaudert. Die ganze Zeit, jetzt ist diese, deswegen kenne ich mich damit gut aus, kam diese Wunderabnehm-Droge raus, Osempic heißt die. Interessant, wurde auch für Diabetiker entwickelt, weil wir alle fett sind und zu hohen Blutzucker haben, das heißt, wir sollten alle ein bisschen abnehmen. Ich kriege das Produkt in Deutschland momentan nicht, weil alles privat wegkaufen im Weltmarkt, weil du fantastisch damit abnehmen kannst. Jetzt kam plötzlich raus, Osempic hat auch einen großen Einfluss auf die Nierenfunktion, verbessert die, da gingen plötzlich die Dialyse-Werte wie Fresenius runter, weil die von Dialyse-Produkten verdienen und mit Osempic scheint das zu sein, dass Studien knallhart gezeigt haben, hey, prima, wir können die Nierenfunktion wieder erhöhen, Leute müssen eventuell nicht an eine teure Dialyse-Maschine, was natürlich dafür sorgt. Also, ich halte den Sektor für enorm innovationstüchtig, plus, was ich eigentlich nicht sagen wollte, unsere beliebten Politiker weltweit, die nächste Krise kommt bestimmt, wer wird dann wieder dazu gezwungen, Produkte herzustellen im Pharma-Bereich und wer wird sie kaufen, der Staat, ein guter Hedge mit einem schönen Potenzial nach oben und du wirst wahrscheinlich eben, Konsum wollte ich jetzt schon sagen, weil ich es konsumiere, im Gesundheitssektor keine großen Verluste erleben. Dank dir für deine Einschätzung. Sorry, dass ich dich dazu gezwungen habe, diese Aussage zu treffen, aber warum ist sie natürlich für draußen super interessant? Zum einen, neben mir sind auch noch einige andere darauf angewiesen, Überperformance zu generieren und das ist mit dem defensiven Vorgehen natürlich deutlich schwieriger zu erreichen wie mit einem etwas Mutigeren und zum zweiten, dürfen wir aber nicht vergessen, du hast gerade so schön gesagt, ich bin gezwungen zu investieren, sonst verliere ich mein Mandat. Ja, wir haben da draußen ganz viele Institutionen, die sind gezwungen zu investieren und dementsprechend ist natürlich die Aussage, wo könnte denn dieses Geld hinfließen, dann trotz alledem Goldwert, wenn es um den Marktabgleich und die Analyse geht und es ist ganz spannend, weil es trifft sich mit meiner Einschätzung. Also ich glaube, Consumer Discretionary Technology und Communications brauchst du auch nicht drüber diskutieren. Am Ende hast du da hohe Z-Scores und du bist auch in der Weekly Range so, dass man sagen kann, okay, wir hatten jetzt eine 10% Korrektur. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aber hier erstmal das Momentum wieder aufgenommen wird und der Markt weiter nach vorne geht, sehe ich haar genauso. Also es sind für mich auch die Sektoren to go und Healthcare fand ich dahingehend Thorstens Aussage super spannend, dass ich auch gesagt habe, wenn es im Moment einen Sektor gibt, wo ich bereit bin, tatsächlich ins Frontrunning zu gehen und zu überlegen, will ich irgendwo ahead of the curve investieren, dann ist das für mich ebenfalls Healthcare. Ich denke, da gibt es Werte, die Potenzial haben und overall, denke ich, zeigt aber auch hier die Übersicht der Sektoren, dass der Aktienmarkt einfach mit Vorsicht zu genießen ist, gerade wenn es um sehr, sehr breite Diversifikation geht, muss man sagen, da hat Thorsten, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, mit seinem Artikel Ferrari Blow Up in Hockhaus, eine ganz gute Vorlage geliefert, wie man es vielleicht besser machen kann, wie breit zu diversifizieren, um ein wenig Risiko rauszunehmen. Ja gut, du hast mir das Stichwort geliefert, da springe ich einfach mal rein. Also geht auf unsere Website drauf, geht in die Artikelsammlung rein, der Artikel ist sogar mal auf Deutsch, den habe ich vor, wie lange ist das jetzt her, Markus, zwei Monaten, drei Monaten, bei Murat, beim Verein der Technischen Analysten veröffentlicht, in deren Quarterly-Magazin und der heißt Ferraris Blow and Hookers. Warum habe ich den so genannt? Ich hätte wahrscheinlich nicht viel Laser gekriegt, wenn ich ein Tailhedge Beta-Long Portfolio angegeben hätte. Wie kam ich da drauf? Das ist jetzt gut 25 Jahre her, da wurde ich, was öfters mal passiert ist in der Vergangenheit, meine Firma hat ein Asset-Management-Dart sich beworben, bei einer großen Pensionskasse in Holland und dann werden dann auch immer die Derivate-Boys oder die Spezialisten mal mitgenommen. Und die Jungs, bei denen wir präsentiert haben, die sagten, wir wollen in High-Beta-Werten investiert sein. Wir wollen Performance sehen. Für uns ist das Risiko nicht investiert sein und dann laufen die Märkte, von denen wir glauben, dass sie gut laufen und die sagten gerade, ich bin jetzt in diesem Sektor drin, ich muss High-Beta haben, weg. Warum sollte ich jetzt das Hasenfuß von Thorsten, das Hasenfuß-Portfolio von Thorsten aufmachen, wo ich mehr in Cash und Wohler bin? Was ich möchte ist, ich möchte weiter in diesen Sektoren, die eine hohe Outperformance versprechen, investiert sein, aber ich möchte mir einen Tail-Hedge aufbauen. Sprich, wenn das Schlimmste passieren sollte, möchte ich irgendeinen Hedge drin haben, der mich davor bewahrt, allzu viel Geld zu verlieren. Es geht hier jetzt nicht um Performance auf der Downside zu erzielen, sondern um abgeschnitten zu sein von einem wirklich katastrophalen Verlust. Es passiert irgendwas extern, der Markt tankt um 20, 25 Prozent, da willst du natürlich nicht dabei sein, weil das Beta, was nach oben funktioniert, funktioniert dann auch nach unten in diesen Werten drin. Also kamen die auf uns zu und wir haben dann für die eine Strategie entwickelt, wo wir gesagt haben, ja, wir sind voll bei euch, investiert das in Long-Beta-Aktien, however, wir legen uns unten einen Tail-Hedge rein, wenn das Schlimmste passiert und wir sehen einen Absturz um 20, 25 Prozent, wird euch das die Performance retten. Das heißt, ihr könnt weiter investiert sein, das was ihr wollt, aber wir gehen gleichzeitig hin und sagen, unten legen wir was rein, was dafür sorgt, dass wenn es schlimm kommt, es nicht allzu schlimm kommt und das ist die richtige Herangehensweise an so einen Markt. Wir gehen selektiv, wie Markus gerade gesagt hat, in die Sektoren rein, wir stellen uns nicht breit auf, ich kaufe mir jetzt kein S&P-Zertifikat für so einen Markt, Blödsinn. Ich gehe rein, wenn ich schon glaube, ich müsste jetzt in diesen Sektoren, was mir die Datenlage vorgibt, investiert sein, lege ich mir trotz allem unten einen schönen Hedge rein. Wir hatten das auch im Grey Market Talk gemacht, Nick und ich, den Hedge haben wir aufgemacht, das war auf den S&P bis Ende November, auf Halloween. das war, wie gesagt, ein Outlier-Hedge, der uns nach unten gerettet hätte, den haben wir aufgemacht mit, was war das damals, 20 Cent, dann ist er innerhalb, weil wir die Korrektur, wo wir ganz mit angefangen haben, wir haben gedacht, wir erwarten eine Korrektur, keine Ahnung, wie weit ihr uns hinführt, aber es sieht ein bisschen dodgy aus, dann hat sich das Ding von 20 Cent auf 1,35 Dollar aufgeblasen, ein 5,5-Facher mit drin gehabt, aber wir haben den nicht aufgelöst, wir haben gesagt, der bleibt drin liegen, der war billig, der hat uns so gut wie nichts gekostet, dann haben wir die Korrektur exakt bei den Minus 10% im Markt jetzt gesehen, wie sie aufgehört hat und dann diese enorme Suckers Rally, so nenne ich es, nach oben stattgefunden hat, aber der Optionsmarkt hat uns sofort signalisiert, das Ding war nur noch 5 Cent wert, der Tailhedge drin, also die Jungs, die am Optionsmarkt unterwegs sind, haben gesagt, okay, das war es jetzt erstmal, also wir machen jetzt nicht noch einen Retest und gehen nach unten, 3,93, die können natürlich falsch sein, aber das ist, was uns die Preise am Schirm gesagt haben, und das hat dann perfekt funktioniert, ja, ich bin in meinem selektiven Beta-Portfolio, High-Beta-Portfolio weiter long, aber ich bin nicht irre, sondern ich habe mir einen Hedge reingelegt, ich möchte mein Kapital nicht verlieren, falls doch irgendwas passieren sollte und du hast vorhin auch die geopolitische Lage angesprochen, hell knows, was morgen passieren kann, also es fehlt nur der Funke, um dieses Kartenhaus eventuell einbrechen zu lassen und deswegen bauen wir das Ganze so auf. Absolut und der Hinweis ist auch mega, mega wertvoll, dass ein Hedge, die im Prinzip in einer Weihnachtsrelais das Investitionsrisiko wert sein sollte und klar, es nimmt dir jetzt nicht das Risiko der ersten 3, 4, 5 Prozent Verlust raus, aber wenn tatsächlich was passiert, ist es glaube ich eine der besten Investitionen, die man machen kann und ich kann auch schon vorwegnehmen, nach den Gesprächen mit Thorsten, ich habe in meinem Handelsplan nichts verändert, rein gar nichts, außer dass ich die Nummer mit mach doch etwas von Tailhedge Risk, den Ball habe ich aufgenommen und da muss ich auch sagen, herzlichen Dank dafür, mein Lieber, halte ich für eine wahnsinnig gute Idee, vielleicht hilft es euch da draußen auch und was wir hier jetzt gerade sehen, ist auch einfach nochmal eine Zusammenfassung, wenn wir uns jetzt die einzelnen Factors gegenüber dem S&P anschauen, kriegen wir auch hier einfach nochmal das Bild, was wir vorher in den Sektoren gewonnen haben, bestätigt, wir haben eine positive Entwicklung in Growth, Value, Momentum, Small Cap, Low Volatility, High Dividend Yields, kriegt alles massiv auf die Nuss und wenn wir uns jetzt hier unten mal anschauen, Size versus Value, auch dieses Bild sagt alles über den Markt, wo kommt Wachstum her, Large Cap Grows, wir sind wieder bei den Magnificent Seven, okay, es sind nicht nur sieben, es sind auch noch 40, 50 weitere Titel, gerade aus den Bereichen Communications, Consumer Discretionese und Tech, die ganz gut wachsen, aber alles andere kennt nur eine Richtung und die ist negativ und jeder, der von einem gesunden Aktienmarkt spricht, meine persönliche Meinung, das ist alles andere als gesund, was wir gerade sehen, oder, lieber Thorsten? Absolut, ja, ich meine, überleg mal, wir sehen das hier jetzt schon seit 10, 15 Jahren, dass ein Schiff stattgefunden hat, als ich anfing, war der klassische Asset Manager jemand, der Stocks gepickt hat, der ist hingegangen, hat gesagt, ich finde AXXYZ sehr, sehr spannend, die haben gute Earnings und ich lege mir dieses Portfolio rein, die war nicht von dem Markt getrieben, dann hat irgendjemand die Statistiken gezeigt, dass wenn du einfach nur eine Buy and Hold ETF Strategie gemacht hättest, einfach ein S&P, dass du immer eine bessere Performance erzählt hättest, als der sogenannte Discretionary Manager, das heißt, die Flow of Funds ging natürlich in die ETFs rein, was dazu geführt hat, das muss man sich einfach mal überlegen, ist immer die Frage, die ich mir gerne stelle, was sehe ich nicht, wenn der Markt mal eine andere Richtung einnimmt, weil was nach oben so funktioniert, ja, dieses Momentum kann auch nach unten funktionieren, nur wer fehlt jetzt in dem Markt, jetzt fehlen in dem Markt genau die Leute, bei denen andere Investoren kein Geld mehr reingeben, weil sie sagen auch, ja gut, du bist Discretionary Portfolio Manager, ja, du bist ein Stockpicker, aber deine Performance ist immer unter dem gewesen, was mir jetzt der Nasdaq zum Beispiel zeigt, mit den Magnificent Seven, also hau ich mein Geld lieber doch in ein Nasdaq-Zertifikat, in die Triple Qs rein und bin der König unter der Sonne, ja, okay, das funktioniert momentan, aber die Marktbreite, die du eigentlich haben solltest, fehlt, plus, wenn der Markt mal in eine andere Richtung eingeht, genauso schnell, wie das nach unten und oben gehen kann, wir haben es gerade jetzt über die letzten zwei Wochen gesehen, ein Abbruch von 10% und dann diese enorme Rallye wieder nach oben, sorry, das ist alles Blödsinn, das führt nur dazu, dass diese Leute, die früher den Markt stabilisiert haben, eben dann nicht mehr auf diesen Markt treffen, solange alles weiter nach oben geht, alles schön und gut, deswegen sagen wir selektiv, okay, fein, wir machen das Spielchen mit, wir exponieren uns nach der Datenlage, aber die Breite, die sollte eigentlich das Spiel weggeben, plus den anderen Fundamentaldaten, die wir auch mit reinführen, deswegen so Leute wie ich ja, wir sind schon oft Permabär genannt worden, ja, aber ein Permabär, der trotzdem bei steigenden Aktien Geld verdient, who cares, nichtsdestotrotz habe ich natürlich mein Auge auf dem, was ich sehe, damit ich bereit bin, meine alte Krokodil-Theorie, ja, ich kann am Pool liegen und mich entspannen, wenn ich was sehe, was vorbeischwimmt und ich schnappen kann, natürlich packe ich dann zu und deswegen ist mein Persönlichsportfolio auch eher cashlastig ausgerichtet, ich kriege Cash auf meine Treasuries, die ich drin habe, ich habe Volatilität long und nach dem Zwangsportfolio, was mir Markus gerade aufgestülpt hat, wäre ich eigentlich bei Markus, um zu sagen, ja, aber ich sehe natürlich die Warnkerzen hier überall blinken, das heißt, Timing ist wieder die Frage, aber wenn jetzt, sag mal, der schwarze Schwan passiert, okay, dann nützt ja auch dein Timing nichts mehr, aber ich glaube, wir dürfen das an der Datenlage sehen, vor allem, was nächste Woche reinkommt, CPI, PPI, Retail Sales, dann was der Arbeitsmarkt das nächste Mal macht, ja, der Markt ist dann doch ein riesiger Tanker, er dreht nicht auf der Stelle, sondern wenn du weißt, wo du drauf gucken musst, wirst du noch in der Lage sein, nicht mehr auf den Top auszusteigen, aber zumindest die Terrorspanne nach unten, die dann möglich ist, nicht mehr mitzumachen. Absolut, danke da für die Einschätzung und bevor wir zum nächsten Markt in Commodities springen, vielleicht noch die kurze Bitte, erzähl uns mal, was zu High Dividend Yield und what happened, warum kriegen Dividendenportfolios gerade mit minus 15,07% so dermaßen auf die Mütze, die Erklärung ist recht simpel, aber du machst das wunderschön. Ja gut, die Erklärung, du hast gerade gesagt, guckt euch einfach an, was die Zinsen gemacht haben, von fast 0% auf 6% hoch, der schnellste, brutalste Zinsanhebungszyklus, den wir jemals gesehen haben. Dividendenwerte werden normalerweise als langweilig eingeschätzt, ja, stabile Basis, eine der Lieblingsspiele, die Bulli hier nicht zum Beispiel machen, ist Coca-Cola. Bulli ist glaube ich wieder reingegangen, als die Dividendenrendite bei 3,5% war, das ist so sein Level und ich habe ihm noch gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier gerade voll vor die Wand laufen lasse, Bulli, mach das nicht, die Zinsen sind zu hoch, das wird noch weiter runterkommen. Momentan hat er wieder recht, wir haben eine Erholung in Coca-Cola gesehen, aber das Spielchen, was der Investor macht, ich kaufe mir Dividendentitel, wenn sie billig sind, wo gerade sehe ich, dass die billig sind? Wenn die Dividendenrendite hoch ist, die das Ding abwirft. Werde ich große Performance, Wachstum damit erwarten? Nee. Wie viele Leute will Coca-Cola noch akquirieren? Wahrscheinlich werden die eine stabile, wachsende Basis haben, bis das auch irgendwann vorbei ist, aber in der Zwischenzeit kann ich in Coca-Cola genau die Spiel machen, dadurch, dass wir Optionshändler sind, haben wir noch den zusätzlichen Schmackerl dabei, wir schreiben halt unten Putz drunter, wenn wir denken, es wäre jetzt attraktiv für so einen Level zu machen. Das heißt, Worst-Case-Szenario, kriegst du deine 3,5% Dividendenrendite plus das Put-Premium, was du eingenommen hast, was du auch noch als ein extra Schmackerl für die Dividendenrendite sehen kannst, und dann fängst du an, wieder oben Calls drüber zu schreiben. Das machst du natürlich nur in solchen langweiligen, zyklischen Werten, wo du weißt, das ist keine Amazon, die von 30 Cent auf 150 Dollar geht, oder auf irgendeinen Wert wie, mein Lieblingschart diese Woche, WeWork, der 99% verliert. Ja, shit happens. Aber, es ist schlicht und einfach nicht attraktiv, weder für mich als Optionshändler, noch für den langfristigen Dividendenkäufer da draußen, bei dieser alternativen Möglichkeit, risikoloses Geld zu verdienen, in Dividendenwerte zu investieren. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, es sind einfach nur die Alternativerträge, die ich erzielen kann, sind höher. Also mach ich was anderes. Ja. Zusammengefasst, das Blut fließt noch nicht schnell genug durch die Straßen. Das wird mit Sicherheit spannend, die Dinger einzusammeln, aber ich bin da auch eng bei Thorsten. Ich glaube, denen kann man noch ein bisschen Zeit geben, das wird noch günstiger. Meine persönliche Einschätzung. Du hattest das gesehen, glaube ich, Ende der 70er, 80er Jahre, als die Treasuries bei 20% Zinsen abgeworfen haben. Überleg mal, welcher Investor mit klarem Verstand, auch wenn alle von ewiger Inflation und Blabla geredet haben, ich kenne das auch nur aus Büchern, so alt bin ich noch nicht, aber welcher Investor würde sagen, ich kaufe mir jetzt eine Aktie, wenn ich bei Treasuries jedes Jahr 20% ins Buch reingebucht kriege, plus wenn irgendwann mal die Zinsen fallen, geht der Kurs der Treasuries nach oben wie bescheuert. Und wir sind natürlich noch nicht an diesem Level angekommen, aber es ist natürlich immer die Gefahr, jetzt glauben wir den Spinnern mal, higher for longer, jetzt kommt ein neuer Inflationsschock rein, Inflation geht noch weiter hoch, die FED würde gezwungen sein und würde das dann auch wirklich machen, weil die Politik nicht interferiert, die Zinsen weiter anzuheben, musst du keine Dividendenwerte halten, macht keinen Sinn, nicht in dem Fall. Absolut. Lass uns über Commodities sprechen und auch über den Einfluss auf die Inflation. Wenn du dir jetzt die Bereiche, beginnen wir mal einfach, mit Energy und Metals anschaust, was für Lämpchen gehen da bei dir hoch und was sagen dir die Daten im Moment, beziehungsweise wo siehst du Fragezeichen? Wir sind in der Superkonjunkturphase, oder? Öl geht durch die Decke, Gas geht durch die Decke, alle braunen fossile Produkte, nee, ist natürlich eben nicht der Fall. Natural Gas hast du auf dem Schirm, da bin ich jetzt seit rund drei Monaten am, ich möchte nicht zocken nennen, am Underwriting, Overwriting machen in dem UNG und das hat mir jetzt dadurch, also ich habe erstmal die Waren bei, schlag mich, 57 oder irgendwas habe ich 700 Puts geschrieben, schönes Premium dafür gekriegt, das waren alles Einmonatsgeschichten, habe Geld eingenommen, habe den ETF angedient bekommen, dann habe ich angefangen Calls drüber zu schreiben, das mache ich jetzt schon die ganze Zeit, jedes Mal, wenn das Ding at the money ist, also bei dem Preis, wo es ist für einen Monat, auf drei Monate habe ich den Trade jetzt auf für das Kapital, das ich als Risiko habe, das was mein Broker wirklich von mir sehen will auf dem Konto, habe ich einen Return über drei Monate von 100% gemacht und die Risikomargen sind also, die Margin ist auch gefallen, wo ich vorher für die Position in dem kleinen Beispiel-Account, was wir auch bei uns im Kurs haben, wo es am Anfang 1300 Dollar war die Position, die ich habe, ist jetzt muss ich nur noch 900 Dollar coveren und habe fast 900 Dollar über Optionsschreiben verdient. Warum geht das? Wir haben wieder einen zyklischen Wert, Gas wird wahrscheinlich nie Null werden, keine Ahnung, also kann natürlich immer irgendwas, eine neue Erfindung kommen, endlose Energie, das Perpetuum mobile wird funktionieren, aber gehen wir davon aus, dass wir uns in einer normalen Welt befinden. Ich würde allerdings erwarten, und da sehen wir jetzt die ganze Zeit Ausbruchsversuche nach oben, die werden jedes Mal eingefangen, wo ich mir dann immer denke, Russland ist angeblich nicht auf dem Markt, wir haben im mittleren, im Nahen Osten den Krieg tendenziell vor der Tür stehen, Öl sollte bei 120 handeln, wir haben Inflation, Inflationsaussichtensorte, muss Commodities drin haben, es bewegt sich nicht, wieder eine von diesen Warnleuchten, die bei mir angehen, und zu sagen, okay, es ist nicht alles so schön, wie sie es uns erzählen momentan, und das sind für mich die schönen, und jetzt habe ich, diese Woche haben wir jetzt leider keine Daten zu, du siehst auch, wie jetzt die Stahlpreise, Aluminiumpreise, Stahl hatte ich gesehen, auch runtergekommen ist, obwohl das hier noch ein guter Performer ist, da wird immer gesagt, Dr. Kopper, überall ist Kupfer drin, Kupfer sollte eigentlich auch viel besser performt haben, und dann gucken wir eine Zeile oben drüber, Gold, aha, letzte Woche, als wir noch nicht die Korrektur in dem Abwärtsrennen nach oben wieder hatten, hat Gold auf Jahresbasis den S&P Outperform gehabt, sind das Symbole für Hosianna Bullmark, nee, wir sind jetzt in der Phase drin, wo wir sagen können, die Datenlage gibt es noch her, dass wir in dieser Korrektur vielleicht in der Jahresendrallye noch ein bisschen mit nach oben schwimmen würden, aber das sind so die ganz großen Warnsignale für mich, wo ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Ja, absolut nachvollziehbar, ihr erinnert euch vielleicht, in Gas bin ich auch drin, und halte den Wert auch grundsätzlich für interessant, was mir vor allem auffällt, wenn wir uns die Werte für sich anschauen, also sowohl den Lebensmittelbereich, also Agricultural, als auch den Energy-Bereich, ist vor allem ein Signal für mich da. Wenn wir uns die Entwicklung des CPIs anschauen, der war massiv energy- und rohstoffgetrieben, die Lebensmittelinflation, die Energieinflation, die als transitory bezeichnet wurde, zeigen mir die Daten, ja, diese transitory Komponente sollte runterkommen. Wenn wir uns jetzt das typische Frontrunning anschauen, kann uns Thorsten vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, wann sollten denn diese Year-to-Date-Performances, die wir hier sehen, und auch die der letzten Monate, wo wir sehen, ganz, ganz klarer Trend nach unten, sowohl in den Lebensmitteln, als auch in den Energy-Commodities, wann sollte es ankommen im Markt, und würdest du meiner These zustimmen, dass ich sage, speziell diese Daten lassen bei mir jetzt nicht die Angst dominieren, dass in den nächsten sieben, acht Wochen wir in der CPI-Zahl einen massiven Ausreißer nach oben kriegen, der mein Handelsszenario kaputt macht. Ja gut, ich hatte schon mal gesagt, was fließt in der CPI ein? Die Produzentenpreise, die wir drin gesehen haben. Das ist jetzt wieder, ja, ist jetzt eine Timingfrage, ab wann fing denn Öl wirklich an, unter die Räder zu kommen? Ja, wir sind auch so in einer stabilen Seitenlage jetzt. Ich würde sagen, da könnten wir jetzt fast noch indifferent sein, wenn wir das in die nächsten, die darauffolgenden CPI-Zahlen reinfließen. Aber du hast mir gerade das Stichwort geliefert. Auch schon mal ein shameless Plug für jeder, der es bis hierher geschafft hat. Nächste Woche am Sonntag haben Nick und ich unseren ersten Online-Threesome auf dem Kanal. Da wird Tim unser Gast sein. Und Tim hat genau für diese Fälle ein Modell entwickelt, wo wir sagen können, was passiert denn eigentlich mit den Märkten, mit den Zinsen, wenn das CPI so reinkommt, wie wir es erwarten, wenn es tendenziell säkulär ansteigen sollte oder wenn wir wieder in das alte Regime reinfallen, dass das CPI weiter fällt. Und das Modell, was Tim entwickelt hat, ich glaube, da beneidigen uns einige Hedgefondsmanager dazu. Ihr könnt euch das auf unserem Kanal schon mal angucken. Da ist ein anderthalbstündiges Video dabei, was Tim und ich gemacht haben. Und insofern, ich kann dir jetzt sagen, ich würde jetzt keine großen Verwerfungen bei den Zahlen nächste Woche erwarten, weil ich glaube, dass sich das noch nicht durchzieht. Ansonsten gilt die alte Daumenregel, die ich vorhin schon mal gehabt habe. PPI wird sich in CPI transformieren über eine Laufzeit von give or take neun Monaten mit einem Drittel. Wenn wir weiter auf dem Level bleiben jetzt, was die Energiekosten angeht, dürften wir, und das ist ja auch mein Case-Szenario, mein Base-Case-Szenario, der FED die Möglichkeit geben, die Zinsen zu senken, vor allem, wenn eine Rezession eintreten sollte, wenn dem Konsumenten das Geld ausgeht, im ersten Quartal oder nach dem ersten Quartal, können sie am kurzen Ende die Zinsen runternehmen, CPI wird keine Bedrohung sein und dann wird mein Long-Bond-Trade auf der kurzen Seite wahrscheinlich schöne Früchte tragen. Ist das Szenario, das du gerade beschrieben hast, für Aktien bullisch oder bärisch? Das Szenario, das kurzfristige, wenn wir in eine Rezession reinkommen, ist bärisch, ohne Zweifel. Ich bin gar nicht bei der Rezession, sondern bei Transformation des PPIs in das CPI, es wird runterkommen, kurzfristig, positiv oder negativ. Ich bin schon wieder den Schritt weiter gegangen. Deswegen haben wir ja auch eben, als wir über die Sektoren gesprochen haben, die wir uns angucken, das sind die Long-Duration-Assets, gerade die High-Tech-Tech-Tags, die wir da drin haben. Was ist mit denen? Das sind Aktien, die eine große Wachstumsrate oder große Wachstumshoffnung haben, das heißt, die Erträge werden auf heute abdiskontiert. Wenn die Zinsen fallen, geht so ein Scheiß natürlich durch die Decke, weil die abdiskontierten Erträge bei einem hohen Wachstumsraten plötzlich heute viel mehr wert sind. Und dann hast du das Szenario aufgebaut, wo du sagen kannst, prima, dann musst du da reingehen. Ich war jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Was passiert danach? Aber wir reden ja nur, wie du jetzt bis zum Jahresende aufgestellt bist. Und da passt das natürlich genau in das Szenario rein. Also ihr seht schon, was mein Plan ist. Ich bringe Thorsten jetzt gerade so lange auf die Jahrstraße. Es ist bullisch, dass er dann anfängt, das Cash von der Sideline zu nehmen. Mensch, pass beiseite. Wir springen mal noch rüber und schauen uns die Corporate Credits an. Und was hast du für, Entschuldigung, ich bin eins zu weit gesprungen. Was siehst du, wenn du dir im Moment die Corporate Credits anschaust und wie interpretierst du diese Zahlen? Corporate Credits ist eine der größten Shitshows, die momentan am Markt laufen. Du konntest investiert sein in Government Bonds, die sind abgeschlachtet worden. und die Spreads von Corporates laufen de facto sideboards. Was heißt denn das eigentlich? Du fängst immer oben an der Pyramide an. Ein Staat ist der beste Schuldner. Warum? Weil er eben das Geld drucken kann. Das wird nie ausfallen. Deswegen hat er einen Zinssatz, der üblicherweise deutlich unter den bei Corporates legt. Je risikoreicher ein Corporate ist, desto mehr müssen die oben drauf haben. Desto mehr müssen die oben bezahlen. Also der Staat zahlt 5%, dann muss ein gutes Corporate, gute Qualität 7% zahlen. Wenn die Qualität der Unternehmung schlechter wird, du weißt nicht, ob du dein Geld zurückkriegst, muss das größer werden. Wenn die Wirtschaft in eine Stresssituation reinkommen sollte, müssten sich diese Spreads eigentlich ausweiten. Das heißt, diese Spreads signalisieren momentan nicht, dass wir irgendein Problem haben. However, der absolute Zinssatz ist natürlich nach oben gegangen. Wenn du eben noch als Corporate in den USA, Triple Bay Investment Grade, da sage ich auch noch gleich was dazu. Wenn du vorher, sagen wir mal, 4% bezahlt hast und jetzt ist der Staat, der schon 5% bezahlen muss, müsstest du natürlich, als die Zinsen vorher bei 3% waren, müsstest du natürlich den Punkt auch wieder oben drauf legen. Das heißt, jetzt sind die Spreads noch stabil, aber die absolute Schuldenlast wächst natürlich. Wir haben einen wunderschönen Chart, Nick und ich heute draufgelegt, wo du siehst, dass Non-Financials in den USA deutlich weniger für Zinskosten momentan zahlen, als in der Vergangenheit. Riddle me that. Wie kommt das denn zustande? Die sitzen auf Cash von billigen Finanzierungsrunden und schieben das vor sich her. Die leihen sich jetzt noch kein Geld, weil der absolute Zinssatz für die zu hoch ist. Das Geld, was sie haben, legen sie am Rentenmarkt kurzfristig an und nehmen noch zusätzliche Erträge rein. However, irgendwann müssen die refinanzieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dieser Schuldenwall kommt 24, 25 richtig rein. Wenn die Zinsen bis dahin nicht wieder deutlich gefallen sind, sprich, wenn Jerome sagt, higher for longer, dann haben die ein echtes Problem. Dann kriegen wir den Schlag aus dem Rentenmarkt, aus dem Corporate-Markt heraus. Und das sollten wir eigentlich jetzt schon sehen. Die Spreads sollten anfangen, sich ein bisschen auszuweiten. Und das haben sie bisher nicht getan. Da bietet sich dann auch wieder ein Spread an, wo du sagst, du gehst Staatsanleihen long und gehst Corporate-anleihen short in so einem Trade mit drin. Und einer der Punkte, der, glaube ich, dabei ganz wichtig ist, was ist eigentlich dieses Rating, von dem Thorsten gerade spricht? Diese Triple Bs. Triple Bs sind Investment Grade. Das sind Unternehmen, deren Anleihen noch von Versicherungen, mündelsicheren, vom Staat gekauft werden dürfen, weil die noch als Investment Grade, also als nicht risikoreich, als nicht Junk eingestuft werden. Das sind zwischen 40 und 50 Prozent des gesamten Corporate-Marktes, der da draußen ist. Ja, da habt ihr auch wieder die Situation, was nicht passieren darf, soll nicht passieren. Weil wenn es in der Rezession zu einer Neubewertung kommen würde und die würden ihren Triple B-Status verlieren und dann nur noch ein Double B sein, dann müssten plötzlich viele in den Markt reingehen und ihre Anleihen verkaufen. Ja, vielleicht kriegen sie noch ein Double B Plus in ihren Büchern. Es gibt ja Regularien, die Fonds haben. Aber Triple B ist dieses Investment Grade. Dann würde diese 40-Prozent-Block plötzlich in Junk reinfallen. Und dann hast du die Spreads, die sich ausweiten. Ich habe mich, man war das, vorgestern mit einer sehr cleveren Bond-Händlerin unterhalten und habe gesagt, erklär mir mal, diese ganzen Junk-Bonds, wie performen die ja eigentlich momentan? Junk-Bonds sind jetzt die Sachen, die auch als Zombie-Companies fast bezeichnet werden, die aus ihren normalen Erträgen aus dem Geschäft die Zinsen nicht mehr bezahlen können. Und sie sagte, oh, da waren eigentlich nicht viele Issues wie die letzten Jahre. Und ich sage so, wieso? Erklär das mal. Sie sagte so, die Zinsen waren so niedrig, dass ein Investor davon zurückgeschreckt ist, in diese Firmen zu investieren, weil er eben nicht genug Sahne auf sein Tortenstück gekriegt hat. Du hättest ein Risiko genommen, hättest aber keine ordentliche Verzinsung dafür gehabt. Sie sagte, es ist so, im Markt wird das kolportiert als der Italiener-Trade. Als die Zinsen bei Null waren, wenn du als armer Farmer zu einer Bank in Italien gekommen bist, hast du gesagt, die Zinsen sind niedrig, könnte ich Geld haben, sagen sie, ja klar, bei 10%. Aber die Zinsen sind doch bei 2%. Das ist egal, du hast trotzdem kein Geld. Das heißt, die ganzen Junk-Bonds, die Triple-C-Gelisteten, mussten ihr Geld von Private Equity einsammeln. Interessanterweise, jetzt mit steigenden Zinsen, wird das wieder interessanter, dass die im Markt auftauchen können, weil der Investor sagt, okay, endlich, jetzt wenn ich Risiko kaufe, kriege ich weniger Ertrag obendrauf. Das heißt, diese Verwerfungen hier sehen wir noch nicht. Was wir allerdings sehen, da verweise ich euch wieder auf den aktuellen Gray-Market-Talk mit Nick und mir, die Spreads, europäische Junk-Bonds, sieht absolut katastrophal aus. Ja, die sind komplett nach oben gegangen. Europa sucks. Sucks the big one. Keiner will europäischen Junk-Geld leihen. In Amerika relativ stabil. Und das sehen wir momentan noch im Markt. Und wenn wir uns wieder der Schritt zurück, die reine Datenlage angucken, wow, fast 5% Wirtschaftswachstum, Inflation geht zurück, wir brauchen noch keine Panik schieben und die Finanzierungskosten sind runtergegangen von den Non-Financials im Triple-B-Segment. Die müssen irgendwann kommen und müssen dann trotzdem refinanzieren. Wenn die Zinsen dann noch hochsehen, dann wird es eng werden. Wieder ein schönes Trade-Setup, wo ihr jetzt nicht hysterisch werden müsst, um unbedingt einen Trade aufzumachen. Merkt euch einfach die Daten und sagt, okay, fun. Wann wird das passieren? Wann fangen die Spreads auseinanderzulaufen? Wann kommt die Refinanzierungsrunden rein? Was hat die Fed bisher gemacht? Oder wie ist der Outblick? Wie ist der Ausblick dafür? Da kannst du dann sagen, ich habe das jetzt schon im Kopf absortiert. Wenn die Zeit gekommen ist, dass ich diese Daten sehe, dann kann ich da einen wunderbaren Trade-Out machen. Dank dir da für die Einschätzung. Ich denke, super, super wertvoll und auch mit vielen Informationen versehen, die draußen so vielleicht nicht jeder hat, geschweige denn, diese Märkte werden auch generell meiner Erfahrung nach wenig betrachtet. Es lohnt sich also ganz klar einen Blick hier unten auf dem, was sie hier als US Corporate High Yield aufgelistet bekommt, da einen Blick drauf zu haben und zu schauen, kommt da Stress ins System oder kommt da kein Stress ins System? Ich habe das nach unserem Call gestern nochmal hochgemacht, weil du hast natürlich immer das Phänomen, Equity Boys wollen sich immer über Bonds unterhalten und Bonds Boy immer über Equities. Das scheint so der Fluch des Handelssaals zu sein. Ich habe mir nochmal die Default Rates, also die Ausfallraten angeguckt. Da seht ihr, wenn wir Triple B sehen für 10-jährige Anleihen, habt ihr eine Ausfallquote von 2,5 Prozent. Das heißt jetzt nicht, ihr kriegt 0 zurück, das heißt einfach nur, die können ihre Zinszahlung nicht machen und du bist dann im klassischen Default gelandet. Wenn du in den C-Bereich reingehst, ist für 5,6 Prozent das Ausfallrisiko. Also jeder Notch, der da weggenommen wird, hat eine Ausweitung des Credit Spreads zufolge und momentan sind wir noch nicht da, aber das könnte passieren, wenn die Zinsen immer noch hoch sind, higher for longer, wenn die Refinanzierungsrunden kommen, dann wird das Ganze eng. Absolut. So, dann springen wir zu unserem, hallo, Technik, jetzt zu unserem letzten Chart für heute und schauen uns an, klassisch, Fixed Income. Wenn wir uns die Laufzeiten anschauen, wenn wir uns die Z-Scores anschauen, wann ist das Blutbad für die langlaufenden Anleihen deiner Meinung nach beendet? siehst du weiterhin Short-Term, oder das ist andersrum, völliger Blödsinn, Thorsten hätte schon dreimal gesagt, dass er vor allem Bock auf Short-Term-Anleihen hat, aber wenn du jetzt diese Bereiche anschaust, worauf legst du dein Hauptaugenmerk und wann wärst auch du bereit zu sagen, du transformierst kurzlaufend in langlaufend, weil die Kursgewinne interessanter sind wie die Zinszahlen. Ich schließe mich da einfach mal dem Bond-Gott Gundlach an. Gundlach wurde genau das gefragt vor zwei Wochen, er sagte, die ganze Kurve sieht richtig aus. Du, ist egal, ob du ins kurze Ende reingehst oder ins lange Ende reingehst. Wann ist das Blutbad vorbei? Gestern. Warum sage ich das? Guckt euch den Gray-Market-Talk an. Letzte Woche war, da bin ich vorhin beim Research noch drüber gestoßen, in der Financial Times ein wunderbarer Artikel drin und das Titelbild, ich habe das auch in die Präsentation bei Nick und mir mit reingebracht, zeigt in Englisch einen Friedhof mit Grabstein drauf und da siehst du Bunds, Guilds, US Treasuries und Bank of Japan drauf und der Autor hat sich wunderbar die Mühe gemacht und hat sich mal die Drawdowns angeguckt und da kommt bei mir sofort immer wieder dieses, du redest von Setskos, Standardabweichung mit rein, der ist bis in die 70er Jahre zurückgegangen und hat sich das Maximum-Drawdown-Risiko angeguckt. Wir sind überall bei den Großen, bis auf Japan, bei über drei Standardabweichungen im Drawdown eingeschlagen. Wenn ich jetzt alle anderen Informationen, die ich habe, schlicht und einfach mal rauslassen würde, die Analyse, die Nick gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, fein, das wird irgendwann politisch werden und die werden dann schlicht und einfach das Spiel machen, wie in der Nachkriegszeit, die werden die Zinsen runternehmen, obwohl die Inflation hoch ist. Die einzigen, die bei einer Standardabweichung im Drawdown eingeschlagen sind, die Japaner. Und die Japaner kontrollieren ihre ganze Zinskurve. Fuck it. Können machen, was sie wollen. Alle anderen Märkte, die Großen, die ich gerade genannt habe, sind bei über drei Standardabweichungen unten eingeschlagen und wir haben ein massives Short-Volumen bei Hedgefonds in Long-Term-Bonds. Im Chance-Risiko-Verhältnis, wo ich sagen muss, guckt ihr die Standardabweichungen an, ja, das kann immer noch mal fünf geben, das kann auch einen dabei erwischen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist für diesen Trade jetzt faszinierend. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wie Gundlach gesagt hat, die ganze Kurve ist rich, dann muss ich ein bisschen mit Bond-Mathematik auskennen. Wenn die Zinsen fallen über die komplette Kurve, dann gehen die Langläufer wie durch die Decke. Das ist halt einfach so. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir da ins Detail reingehen, dann machen wir irgendwann nochmal ein spezielles Bond-Video über Bond-Mathematik drüber. Aber dann geht es natürlich in den Lang rein. Das heißt, deine Frage zu beantworten, momentan fühle ich mich auf der kurzen Seite wohler drin, weil die kann ich auch noch hoch leveragen. Da fehlt nicht so viel Bewegung statt. Es gibt Leute, die arbeiten nicht gerne mit Leverage in so einem Bereich. Kommt dann fast meine, wie nennst du das, Long-Term-Capital-Management-Affinität hoch. Die sind dabei in die Luft gegangen, aber man kann das auch sustainable machen. Du hast größere Bewegungen natürlich durch die Duration bei den länger laufenden Bonds. Ihr habt, viele von euch haben den TLT-Trade aufgemacht. Habe ich absolut kein Problem mit. Würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen bei reinmischen. Drin, einfach aufgrund dieser höheren Dynamik. Wie kannst du Geld verdienen? Durch eine große Bewegung und durch großen Leverage. Am kurzeren Ende bewegen sich natürlich nicht so stark, aber da ist eben meine Einschätzung, dass wenn es zu dieser, ich bin jetzt schon wieder zwei Schritte weiter, Rezession kommt, wird die FED nicht hingehen und 25 Basispunkte die kurzen Zinsen senken, sondern die gehen an volle Kanone rein. Wahljahr. 50 Basispunkte, 75 Basispunkte, 100 Basispunkte, dann kriegen wir noch eine kleine, keine Ahnung, Epidemie, die noch mit reinschießen sollte. Dann werde ich vorne am kurzen Ende wahrscheinlich trotz allem mehr verdienen, weil ich die hochgeleveraged habe als eure ungeleveragten Positionen am langen Ende. Die werden natürlich auffallen und ihr habt den richtigen Dreh drin. Also insofern, voller Grundlag, alles schön, du machst wahrscheinlich momentan keine Fehler. Da war ganz herzlichen Dank dafür und dann last but not least, ich muss direkt dazu sagen, das war nicht mein Wunsch, das zu zeigen, aber Thorsten wollte unbedingt über Disney sprechen. Dementsprechend kriegt er zum Abschluss noch den Walt Disney Chart. Ja, das war der mieseste Dreh, den du bisher gemacht hast. Ich habe dir doch gesagt, mein Gott, schorte das Ding bei 80. Wo sind wir jetzt bei 88? Markus, du hörst ja nicht an mich, oder? Ja, glücklicherweise habe ich natürlich nicht auf dich gehört und habe den Disney Trade gemacht. Was jetzt spannend war, war, wir haben uns gestern auch darüber unterhalten, Thorsten hat gesagt, was machst du jetzt mit Disney? Wie geht es weiter? Ist irgendwas im Markt, was dich deine Position schließen lässt? Nein, ist nichts im Markt, was mich meine Position schließen lässt. Der Earnings Call jetzt war gut, hat dementsprechend auch für einen Push nach oben gesorgt, aber ob wir jetzt das Gap nochmal schließen oder nicht, ist für mich auch sekundär. Der nächste Schritt, den ich tatsächlich spannend finde, ist einfach nüchtern. Wir sind hier gerade am langfristigen Pock und so die Preismarke, die tatsächlich interessant ist für mich, die ich im Blick habe, ist hier so das Level um die 92 rum. Da interessiert mich, was passiert, wenn Volumen reinkommt. Wie reagiert der Markt? Kommen wir über diese Kurve drüber? Wenn das der Fall ist, wunderbar, dann lasse ich das Ding auch gerne weiterlaufen in Richtung der 100, 120. Aber bis dahin ist bei meiner Analyse kein Stress zu erwarten. Ich bin da ganz entspannt und selbst wenn das Ding jetzt nochmal runterkommt auf 80 oder 75, ist für mich alles okay. Es gibt einen Punkt in der Analyse, den hatte ich gestern noch nicht in unserer Unterhaltung. Da bin ich erst heute Morgen drüber gestoßen, als ich das Research für Nick und meinen Podcast gemacht hatte. Das war die Revision der Daten mit dem Expandable Income, was die Amerikaner zur Verfügung hatten. Da wurden die Daten revidiert, ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, und die scheinen bis ins erste Quartal rein noch zusätzliche 400 Milliarden zu haben. Deswegen war ja auch meine Originalfrage gewesen, was machst du denn, wenn Retail Sales beschissen reinkommen sollten mit Disney? Das war jetzt keine Aktie, die ich geschortet hätte, aber ich hätte sie nie gekauft, weil ich das Produkt von denen schlicht und einfach nicht gut finde. Du hast das richtig gesehen. Meine Empfehlung an dich in diesem Trade war jetzt schlicht und einfach zu sagen, du hast de facto fast das Low hier gefischt. Du hast 10% in, was war da, zwei Monaten gemacht. Das ist für mich, ich nenne das immer House Money. Die House Money würde ich jetzt vom Tisch nehmen und sagen, prima, wenn ich der Meinung bin, dass das Ding noch bis 100 hochläuft, das setze ich jetzt in eine Optionsstrategie rein und besorge mir nochmal richtig Leverage. Das Schlimmste, was dir passieren kann, du hast an der Mistaktie nichts verdient. Wenn du recht hast, dann wirst du ordentliche Prozente oben drauf packen. Also wie gesagt, Kudos, gut gemacht. Dem ist so, genau. Und hast du auch gerade den wunderbaren Plug auch schon gesetzt. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich kann es halt nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich dir nicht recht gebe, dass man das machen könnte und vielleicht auch eine bisschen bessere Performance dadurch generiert, wie einfach wie ich, dummdödelig auf Beinhold zu setzen. Aber da ich das noch nicht kann, habe ich mich entschlossen, ab dem 18. Januar mal wieder ein Seeheim aufzuschlagen. Hey, bei unserem ersten Seminar. Gut, machen wir nochmal einen shameless Plug. Also alles, was ihr bei mir, das muss ich euch furchtbar enttäuschen. Ich bin weder ein Coach, noch habe ich irgendwas von dem Zeug, was ich gemacht habe, selbst erfunden. Das gibt es in den 70er Jahren. Man muss sich halt nur damit auskennen, wo man was findet und wie man mit dem Instrumentarium umgeht. A, zu lesen, was die Märkte machen und B, dann das Instrumentarium richtig einzusetzen. Wir haben jetzt momentan von den 20 Plätzen noch fünf frei. Ich hoffe, dass wir einige von euch noch sehen werden, dafür begeistern können. Aber wir sind ganz zufrieden. Vor allem haben wir das komplette Team da, Markus. Sogar Tim kommt aus USA rüber. Es sieht so aus, als bei der momentanen Ausbuchungsquote sind wir bei 1,5 Studenten pro Trainer. Ich glaube, das bietet kein anderer an, der da draußen ist. Plus, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn wir die Chance haben, alle mal zusammenzusitzen. Wir unterhalten uns ja die ganze Zeit auf Zoom schon über die Märkte und in unseren Chatgroups, in unseren Servern und allem, die komplette Bande da zu haben und denjenigen, der an Optionen und an Makro interessiert ist, damit reinzubringen. Ihr seht das, Markus und ich haben die ganze Zeit Makro gesprochen. Welche Wege dir das gibt. Jetzt noch die Option, obendrauf zu schnallen und zu wissen, wie man da richtig umgeht. Markus ist aggressiver, ich bin eher ein Hasenfuß in meinen Investments, aber ich glaube, wir können euch da so ein Spektrum bieten, in dem ihr alle Spaß haben solltet. Wie gesagt, wir machen das Ding, wir machen das mit zwei Leuten, habe ich damals gesagt und wir machen das mit 20 Leuten. Jetzt sind wir momentan bei 15. Ich bin relativ sicher, dass dieses Jahr die Buchungen noch mit reinkommen würden und wie gesagt, ist es nicht unser letztes Seminar. Wenn ihr euch das momentan auch nicht leisten könnt oder leisten wollt oder wollt erst mal gucken, was die anderen dazu sagen, lasst euch Zeit. Es ist keine Hard-Sales-Veranstaltung hier. Wir sind nur stolz auf das, was wir geschaffen haben, das, was wir auf die Beine gestellt haben und deswegen sprechen wir auch darüber. So, jetzt hast du mich schamlos pluggen lassen, Markus, what else? Großartig, also I'm very fearful, weil meine ultimative Ausrede mit, ich habe keine Ahnung von Optionen, die wird dann nicht mehr ziehen. Von daher, ich freue mich riesig drauf und bin aber auch tatsächlich der festen Überzeugung, dass es das berühmte Salz in der Suppe ist, um an der einen oder anderen Stelle Performance tatsächlich nachhaltig zu verbessern. Von daher würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort persönlich kennenzulernen und würde auch einfach mal nüchtern zusammenfassen, was habt ihr heute gehört und was bedeutet das für mich? Also zum einen, ich werde meinen Plan genauso exekutieren, wie ich es schon vor einigen Wochen im Video zu meinem Portfolio angekündigt habe. Ich werde die Aktienquote erhöhen auf circa 80 Prozent und all das, was ich in den Daten sehe und was ich bewerte, gibt mir auch absolute Konfidenz, dass das für die nächsten sieben Wochen der Schritt ist, der mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit laut meiner Analyse Art Performance im Vergleich zum Markt generieren wird. Was ich nicht machen werde, ist jetzt irgendwelche Titel mit ganz viel Fantasie, neu researchen und dazukaufen, sondern ich mache einfach nur eins. Ich werde speziell bei gut performenden Titeln, wenn ein Dip da war, nochmal nachlegen. Wenn das nicht reicht, um auf meine 80 Prozent Quote zu kommen, geht mit Sicherheit auch der ein oder andere Euro einfach nur in den ETF Consumer Discretionary Communications oder Tech. Also das heißt, ich mache jetzt keine Fantasie und werde bis zum Jahresende das Thema dann auszuhalten, bevor ich in den letzten zwei, drei Tagen des Jahres einfach noch ein bisschen Steueroptimierung betreiben werde, schaue, dass ich die Freibeträge, die der liebe Staat mir zur Verfügung stellt, dann auch realisiere. Und mit diesem Setup und in diesem Szenario werde ich mich jetzt in den nächsten Wochen im Markt bewegen. Overall und zusammengefasst, denke ich, werden wir dann auch mit der Ausbildung, die ich bei Torsten genießen darf, fürs kommende Jahr mit Sicherheit einen anderen Handelsansatz bei mir auch sehen beziehungsweise neue Überlegungen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, bietet es sich an, dass wir uns dann im Januar gerne auch mit meinem neuen Allocation-Ansatz und derart, wie ich mit dem Portfolio umgehe, dann nochmal auseinandersetzen können. Dann war es das zumindest von meiner Seite, bevor ich für die letzten Worte an Torsten übergebe, sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn euch die Inhalte gefallen haben, wenn ihr liked, teilt und abonniert. So, eine letzte Frage noch. Die Option, die du ja dann nächstes Jahr offensichtlich verstärken wirst, in deinem P-Modell. Was ist mein P, sprich die Optionssegment? Bin ich Projekt oder bin ich Plan oder bin ich... Ja, du bist dann ein Programm, das runtergebrochen wird in einzelne Projekte, um daraus am Ende einen funktionierenden Prozess zu machen und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich garantiert sehr viele funktionierende Prozesse erarbeiten und finden werde. Klasse, ich werde mir das Video nochmal angucken, ich kann es euch auch empfehlen. Gerade Business aufsetzen ist eine wirklich spannende Sache, vor allem, wenn wir einen neuen Prozess, ein neues Projekt oder einen neuen Plan mit dazunehmen. Ich reklamiere das mal für mich jetzt alles. Schaut euch das nochmal an. Ich sage auch vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, Markus, dass du wieder geteilt hast, wie dein Ansatz aussieht, wie deine Allokation aussieht, was du in der Zukunft machst und ich hoffe, das hat euch heute ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben eine Stunde lang fast nur Makro gesprochen, das Ganze mit Hand und Fuß und auch hoffentlich ein bisschen ordentlich erklärt. Alles andere ist dann die Kunst, wie man die Trades aufsetzt, aber genau so sollte eine Lehrveranstaltung als YouTube-Lehrer auch sein, oder? Dem ist so. In diesem Sinne, abonniert, teilt und kommentiert. Wir kümmern uns um alle Kommentare da drin, auch wenn ich manchmal nur ein Herzchen daneben setze, wenn ich nichts zu sagen habe. Markus wird auf alle Fälle kommentieren. In diesem Sinne. Macht's gut. Macht's gut. Schöne, erfolgreiche Woche für euch. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.